Hallo, jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr Aufgaben in Teams erledigen könnt. Wenn ihr am Desktop, PC, Laptop oder Tablet seid, könnt ihr sehen, es gibt in der linken Spalte bei Teams ein Icon, das nennt sich Teams. Da könnt ihr das Team aussuchen, wie hier Klasse 4F. Und im Kanal Allgemein seht ihr, es gibt die Möglichkeit Aufgaben zu sehen. Das heißt, man wählt Aufgaben und man tippt auf die Aufgabe. Dann lest man die Beschreibung der Aufgabe ganz genau und dann tippt man auf Datei hinzufügen, dann auf Abgaben tippen und dann hat man schon erledigt. Nochmal, wie findest du die Aufgaben? Hier haben wir es gefilmt für euch, das heißt unter Teams, Aufgaben oder es gibt sogar unterhalb von Teams Icon gibt es auch Aufgaben. Man kann dann eine Liste bekommen von allen Aufgaben. Hier, wenn ihr im Icon Iaufgaben seid, könnt ihr den Kurs wählen und dann seht ihr alle Aufgaben, die ihr zu erledigen habt oder ihr seht sogar, welche ihr bereits erledigt habt. Da könnt ihr wiederum etwas aussuchen. Wenn ihr etwas verbessern wollt, könnt ihr das dann zurücknehmen, also rückgängig machen und dann könnt ihr das dann erneut abgeben. Wie sieht es aus, wenn man etwas vom Gerät hochladen möchte, auf Arbeit hinzufügen, dann vom Gerät hochladen, man sucht die Datei, die man hochladen möchte, dann tippt man auf Fertig und dann kann man auf Abgeben tippen. Am Handy sieht es ähnlich aus, ihr habt unten die Navigation, sprich unten finden wir Aggertivity, also was los ist, was Neues gibt. Check, das heißt man kann hier kommunizieren mit mehreren Menschen. Man hat ein Team, seine Liste von den Teams, wo man drinnen ist. Dann hat man unter Aufgaben sieht man, okay, man kann in der Klasse wählen, welche Aufgaben man machen möchte. Und dann im Kalender sieht man, welche Termine man hat, sprich Videokonferenzen oder Meetings. Und das war's. Ich wünsche euch gutes Gelingen.